Schalvea kocht. Heute Zwiebeln schneiden. Ich wollte nochmal ein extra Video machen, wie man Zwiebeln schneidet. Also, wir halbieren die, dann schälen wir beide Hälften. Dann ritzen wir das der Länge nach ein bis zum Strunk und dann schneiden wir kleine Würfel. Und den Strunk können wir dann ganz einfach wegschmeißen. Einritzen, wenn sie dick ist, nochmal in der Mitte halbieren und Würfelchen schneiden. Strunk ganz einfach wegwerfen. Und dann könnt ihr hier sehen, dass man wunderschöne kleine Würfel hat. Viel Freude beim Nachschneiden!